so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video ja heute spiele ich zusammen mit der kate granny hallo und ja also ich habe auf jeden fall angst und du? noch geht es eigentlich ja ja du bist ja auch schon gewöhnt ok wollen wir auf continue drücken? ja ok ich habe gedrückt loading oh gott ich zitter gerade schon richtig ähm sehr geworden oh gott dieser start schon aber jetzt kommt es erst bei mir hört man die eigentlich? also wenn die irgendwie angelaufen kommt hört man da Schritte? ähm ja manchmal zieht die auch an den türen das hört man auch ey ich habe jetzt gerade echt so einen Fuß raus wie kann man denn dann entkommen? weiß ich halt nicht kann man eigentlich sprinten? weiß ich gar nicht ich glaube nicht ich habe angst die erste tür da aufzumachen ich würde halt der jetzt mal voll gerne so eine vase geht das? ich habe jetzt angst warte mal ich verstecke mich im schrank oh mein gott nein oh gott ich habe die ich gehe zuerst mal ins bad ich stehe immer noch hier in der türen ich höre irgendwelche komischen stimmen hä aber sie kommt einfach nicht bei mir äh beschwöre es nicht herauf mann ich habe die vase in der hand ich will eine überklatschen geht das? ich will es ausprobieren ich habe es ja noch nie aber irgendwie kommt die nicht also ob die dann so schreiend wegrennt warte mal ich gehe jetzt mal kann man sie kommt oh mein gott oh mein gott kann ich runter gehen oder ist das gefährlich? oh ich bin gestorben ähm so angst gerade also tag 1 hat schon mal nicht geklappt ich gehe jetzt hier in das zimmer rein hä hier war ich noch nie drin also vorhin noch nicht ok ich mache es jetzt sehr professionell ich durchsuche hier die schubladen oh ich habe eine cockwheel aber wenn ich das jetzt droppe macht das doch Geräusche oder? oh da kommt sie ich will keine Geräusche machen ok sie hat mich nicht gesehen sehr gut ich muss hier weg ich muss hier weg ach jetzt bin ich hier hinten vor allem sie redet auch mit dir ich will aufpassen ernsthaft? ja oh mein gott mach mir doch mehr angst oh mein gott oh mein gott jetzt bleibt ja auch noch stehen oh gott jetzt geht warte mal wenn sie jetzt in den keller geht dann ist das meine chance aber die kann überall lang laufen oder? ja ok jetzt macht sie in rund und gar ey das ist meine chance oh mein gott komm ich hier rein oh mein gott ich habe es gehört ich habe eine zange gefunden cool ich soll weg gehen ich habe die gehört ich hoffe die können die nicht rein oh gott jetzt habe ich geräusch also wenn man die hört ist die in der nähe oder? ich habe so Gänsehaut ich habe so Gänsehaut schein oh gott oh gott wenn ich jetzt hier rausgehe passiert da was? oh ne auch nicht aber Angst oh gott ich kann die nicht sehen also ich will die nicht sehen und wenn ich die sehe dann man ich weiß jetzt nicht ob sie auch jetzt hier lang gehen können ja komm gleich save so ein scheiß Jumpscare ey es gibt bestimmt irgendwelche Menschen die ja voll gut drin sind in dem Spiel aber ich bestimmt nicht ich habe da einfach mal Angst denkst du wenn man einen Teddy nach ihr wirft wird sie ruhig? weiß ich nicht oh gott ich bin in der Nähe oh mein gott sie ist in der Nähe sie hat gerade eine Bärenfalle fallen gelassen ich habe es gehört oh nein oh hier ist das andere Cockwheel äh Cockwheel als ob du das schon alles hast ja ich finde hier die ganze Zeit Dinge aber das bringt mir halt nichts oh oh ich habe etwas Lautes fallen gelassen das war vielleicht nicht so gut das war vielleicht nicht so gut kann die dahinten wo der Vogel ist? ja oh oh das gefällt mir gar nicht ich gehe in den Keller kann die ganz unten in das Wasser rein? ähm ich glaube ich weiß nicht da ist halt eine Tür und ich denke wenn ich das jetzt fallen lasse wo kommt die dann? ich habe es auch fallen lassen aber ich sehe oh mein gott warte mal ich habe es jetzt fallen lassen mal gucken ob die kommt nein ich muss hier wieder zurück und oh oh ich habe es fallen lassen die kommt bestimmt hä? dass sie vielleicht nicht jedes mal kommt wenn man es fallen lässt beziehungsweise eher selten oh gott ich habe mich gerade von dem Bild erschrocken ja oh gott das Blut oh mom ich will nicht mehr oh gott nein ich habe es fallen gelassen oh gott oh my god oh my god oh my god oh my god alter so laut habe ich dich fast nie schreien gehört oh mein gott man die kam hinter mir oh mein gott ich stand oh ne die war direkt hinter mir der Leon schäme dich oh man es tut mir so leid oh man ja das ängste was ich gerade hatte ich bin gerade oh man ich bin fast mit meinem Stuhl umgekehrt oh gott ich habe ich dachte du wärst schon aus äh oh gott ich will nicht ich will nicht oh sie kommt sie kommt oh my god sieht die mich jetzt sieht die mich jetzt oh gott sie sieht mich jetzt nein die kommt warte mal oh gott nein sie ist vor mir sie tötet mich ich muss weglaufen oh mein gott ok wenn ich sie in der Ferne sehe ist alles gut aber sie läuft mir halt hinterher und ich muss oh ich bin es hat sich voll so angehört ich bin gerade so schreiend aus dem Zimmer lautet oh ich habe nur diese Zahnräder aber die kriegen mir nichts ich habe so Angst oh gott ich habe oh gott sie ist oben so wie öffnet Türen oh mein gott ich muss in den Schrank oh hier bleibe ich einfach für die restlichen Minuten das ist halt so schwer oh mein gott der Jumpscare ohne Scheiß Leon oh gott ne das Spiel das macht ein Pferd hier oh gott ich habe laut gemacht scheiße oh gott ich habe nochmal laut gemacht ups oh heart of the shotgun oh gott oh gott ich höre sie oh gott wie geht sie durch aus und safe ist das so wenn ich jetzt hochgehe komm ja ufff 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 kann ich mich kann ich mich jetzt nicken seht ihr mich da wenn ich hinterm Schrank bin ufff 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 Vergasen, ich hab das voll gemacht. Oh man, wie geht das? Ich glaube, man muss da irgendwas reinschmeißen oder so, ich weiß nicht. Geht die dann da rein? Ja, ich hab das im Video gesehen, dass die da reingegangen ist. Kann die auch respawnen? Ja, ich glaube schon. Schade, ich will die ein für alle mal loswerden. Aber Leute, wie ist es bitte möglich, die ganzen Sachen hier zu sammeln, obwohl die alte Oma da rum rumläuft? Ja, das ist halt echt unmöglich eigentlich. Das Spiel ist wahrscheinlich so gemacht, dass es... Oh mein Gott, kann ich hier unter das Bett? Alter, kannst du bitte aufhören? Ich krieg Panik. Es tut mir leid, aber ich hab selber Panik. Oh mein Gott, ich war unter dem Bett und dann guckt die dann plötzlich... Warum geht das? Ich dachte, da ist man sicher. Ja. Darauf erst mal einen Schluck, ey. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warum? Warum hab ich jetzt Blut im Gesicht? Oh Gott. Oh mein Gott. Warte mal, du hast schon Blut in der Fresse? Ja, Tag 4 oder 5 oder was auch immer. Was? Ich bin bis jetzt einmal gestorben. Oh mein Gott. Und du bist... Oh mein Gott. Schämt mich. Ja, das Spiel ist so... Oh mein Gott, das Spiel hasst mich einfach. Das Ding ist, ich bin einfach immer noch im Keller. Ich trau mich nicht mehr raus. Ich bleib jetzt einfach hier im Anfangsraum stehen, oder wie? Hä? Ich komm nicht mal an den Keller. So, da komm ich nicht mal. Ich weiß nicht, kommt sie einfach so runter? Ich glaub nicht, ne? Ja doch, bei mir kam die auch plötzlich vorbei. Ja, ich meine, ich bin im Keller, aber ich weiß nicht... Nein, sie kommt, sie kommt, sie kommt, sie kommt direkt zu mir hoch. Warum? Warte. Ey, nee. Sie geht direkt auf mich zu. Was ist das? Ich lock die jetzt an. Ich verkraft mich nicht mehr. Hä, das ist ja... Hä, das geht ja... Das ist ja richtig unschaffbar. Sie kommt halt direkt auf dich zugestürmt. Okay, jetzt geht sie wieder. Sie geht wieder. Sie guckt nicht und dann wird ein Glück. So, ich hab jetzt Krach gemacht. Mal gucken, wie lange es da ist, bis sie kommt. Ah, sie kommt. Ey, aber das Spiel ist doch echt unschaffbar in dem normalen Modus. Also da geht's echt nur darum, Herz und Farkel zu bekommen und... ja. Im normalen Modus? Ich will mal bitte wissen, wie es geht, wenn es auf Hardcore ist. Oh mein Gott, nee. Auf Extreme, wie soll man es schaffen? Sie hat gesprochen. Ja, sie ist halt aus meinem Zimmer jetzt rausgegangen, aber ich trau mich selber nicht raus. Do you want... Oh Gott. Sie bleibt stehen. Und sie hat eine Bärenfall hingelegt. Na moin. Ist doch unmöglich. Oh, ich will nicht mehr. Ist ja auch gut. Wow, sie ist direkt wieder vor meiner Tür. Hä? Was ist mit der... Ich geh jetzt einfach... Ich geh jetzt auf die Bärenfall. Sie kommt die Treppe runter. Sie kommt die Treppe runter. Ich bin tot. Wow. Okay, ich geh jetzt auch irgendwie Yodo da raus. Irgendwo ist die hier, aber egal. Alter ey, das ist... Nee. Jetzt kommt bei mir auch noch Werbung, ich kann kotzen. Ja, ich laufe jetzt einfach in die Arme, das ist nicht so schmerzhaft, wie wenn ich erschreckt von ihr werde. Ja, tu du mich bitte. Alter, ich bin voll gut. Oh mein Gott. Habe ich es jetzt geschafft? Habe ich jetzt gestorben? Also ich bin jetzt ab Tag treu, ne? Bin ich jetzt endlich tot? Nein, Tag 5 ist geprüft. The last day. Ja, also... Genau. Kann ich jetzt bitte direkt sterben? Mich will nicht mehr. Aber guck mal, ich habe etwas Produktives gemacht. Und zwar, ich habe zwei Teile für die Shotgun gefunden. Ich habe einen Teil für die Shotgun und zwei Zahnräder. Aber das bringt mich... Oh nein, so ein Stecker. Aber es bringt mich nicht weiter, wenn die mich die ganze Zeit tötet. Und ich nicht... Wow, sie kommt direkt hoch. Was ist denn das? Ach, da ist sie. Hä, sie rennt halt direkt hinter mir her. Hi. Oh mein Gott, sie kommt hoch. Ey, man kann ja keiner überbraten mit der Waffe. Das geht einfach nicht. Och man. Ich hätte so gerne eine reingescheuert, ne? Wo ist die? Tag 4. Ich bleibe hier gerade hinter der Tür, ey. Und warte darauf, dass sie mich findet. Ich... ich riskiere es jetzt... Also, was heißt ich riskiere es? Ich... Ich stelle mich jetzt einfach. Äh. Was ist die denn? Alter Oma. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich bin auf dem Dachboden oben. Ist das eine gute Idee? Oh Gott. Oh, sie steht vor mir. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh nein, die kämmt jetzt. Ich bewegte sich. Oh nein. Oh mein Gott, ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Tschüss. Hallo. Oh, ich bin endlich tot. Jetzt ist alles gut. Ich bin tot. Ich hab verloren. Ja, alles wird gut. Ähm. Ähm, warum kommt jetzt noch... Also ich bin... Oh, diese Wärme rein auf dem Frosch. The fuck, warum kommt jetzt was? Die gruselige Szene. Achso, jetzt kommt die Oma nochmal. Da, wo ich gestorben bin. Tick-Tock, ey. Ja, davor hab ich jetzt keine Angst. Wow. Hin und her drehen, der eine Ausweg... Oh mein Gott, sie wirft mich am Ende runter auf eine Bärenpfanne. Ja, das Ding ist... Oh mein Gott, ich will vom Auto überfahren werden. Geht das? Ja, ich glaube... Kann die dich selber mit dem Auto überfahren? Ja, das Ding ist, du wirst an die Garage da festgekettet und dann fährt die selber Auto und dann fährt die... Oh Gott. Oh mein Gott, ich will das. Ich auch. Ich will das jetzt ausprobieren. So, okay, das war's jetzt mit Granny und jeder Menge Angst. Also ich bin jetzt immer noch verstört und der Schock sitzt noch tief in mir. Und du? Oh mein Gott. Also es geht eigentlich nur... Man sagt eigentlich, dass es gar nicht so schlimm ist, aber wenn man selber das spielt, dann... Ja, das Ding ist, also... Wenn man sie von Weitem sieht, ist das nicht schlimm. Bei mir kam sie halt zweimal direkt so... Einmal war das unter dem Bett und einmal kam sie von hinten. Diese Momente, das ist einfach richtig schlimm. Da kam sie von hinten, mhm. Oh Gott. Aber ansonsten ist das Spiel, glaub ich, echt mega schwer normal zu spielen oder zu schaffen generell. Das ist auf jeden Fall meine nächste Mission. Oh mein Gott, da wirst du so lange für brauchen. Ich will das. Okay. Na gut, das war's jetzt aber erstmal mit diesem Video und ja, vielleicht werde ich demnächst nochmal Granny oder ein anderes Horrorspiel spielen. Na ja, werden wir sehen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschüss.